Elija will mit Hilfe einer Macht, die tief in einem uralten und vergessenen Wüstentempel ruht, eine Armee aus Untoten beschwören. Diesen Tempel zu finden ist jedoch keine einfache Angelegenheit, denn der Zugang liegt versteckt in einer tiefen Schlucht, in der sich vergessene Geheimnisse, aber auch hinterlistige Kreaturen verbergen. Es gab nämlich ein paar Probleme mit einem anderen Spiel, wie ihr hier sehen könnt oder wie ihr sehen könnt die Spiele wie jetzt mehr andere Spiele. Allerdings ging das heute irgendwie mit dem Spiel nicht, also das hat nicht funktioniert. Deswegen musste ich... Deswegen musste ich jetzt hier einfach mal was spielen. So, wir ratschen jetzt hier erstmal die Plätscher weg. Wir gehen hier mal lang. So, ich brauche das auch. So, ich brauche das auch. Ganz schnell E drücken, damit ich mich stelle. So, haben wir den erstmal zur Kisse. Also. Na gut, ich bin auch fast mitgestorben. Aber egal. Ähm, so muss ich jetzt hier hoch. Ah ja. Aha. Fast gestorben. So. Äh. Sammle ein. Einen kleinen blöden Finger. Na gut, der ist runtergefallen. Boah. Der ist fast gestorben. Ich wäre fast gestorben, aber nur fast. Ich muss kurz warten, damit ich hier wieder E habe. Aber jetzt kann ich echt gut weiterhauen. Ja, und da haben wir jetzt schon wieder Sprechen. So. 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 Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das könnte ich auch gleich mal einsetzen. Äh, sobald ich mal endlich hier das E drücken kann. Oh. 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 Ich bin ja fast tot. Scheiße, wo hab ich hingewiesen? Ich hoffe nicht. Davon trifft die mich nicht. Er könnte noch so rumballern. Äh, ja. Oh, die Parangelaide. Oh, oh. So. Oh. Ah, dann können wir jetzt weiter. So. Ah, ja. So, das ist noch ein Scheiß-Piefer. Boah. Der ist noch davor explodiert. Okay, da hoch komme ich noch nicht. Auch nicht. Muss anscheinend hier lang laufen. Aber hier komme ich da hoch. Hä, wo komme ich denn hin? Ah, hier. Nee, auch nicht. Kann ich ja? Nee, doch nicht. Wo komme ich hier hoch? Ist auch hier gerade hoch wahrscheinlich. Egal, wir laufen jetzt mal den Pfeil hier hinterher. Und wenn man da durch M, Zinsideleucht fliegt. Wer eins haben wir? So. Ah, ja, dann muss ich jetzt hier rüber. So. 3 und 6. Hier noch. Hier lang, hier lang, hier lang. Zack, zack. Boah, Junge. Der? Der kam gerade echt aus dem Ding. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich komme gleich hoch. So. Das ist der letzte. Scheiße. Bin hier runtergefallen. So. Der ist gar nicht der letzte. Ach, es gibt noch zwei. Echt? Also, hier sind Pfeile, die da hinten liegen. Ach, hier muss ich ja auch noch oben. Aber ich komme hier nur irgendwo zu. Hm. Hm. Ah, ich muss hier rum. So. Äh. Guck mal an. Hier. So. Und hier geht's weiter. Hier ist einer. Ja. Ich muss mich hier nämlich drüber laufen. Dann bin ich. Ah. Dann bin ich hier bei dem letzten. So. Und jetzt kann ich nämlich auch da rüber laufen. Meine Güte. Okay. Dann laufen wir jetzt mal da rüber, würde ich sagen. Ja, jetzt. Jetzt. So. Äh. Gut. So. So. Da bin ich wieder. Ähm. Wir müssen jetzt hier erstmal weiter laufen. Ich hab immer noch diese Rakete. Äh. Da. Warum? So. 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 Here. So. So. Auch tot. Ich bin ein Wettbewerb. Wir machen die Racklid. So. E-Tro. So. Perfekt. Yo. Oh. Mein Gott. Junge. Direkt gestorben. Alter. Oh, oh. Weg, 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 weg. Was? Oh, oh. Nee, nee, nee. Nicht verfolgen, bitte. Okay, der ist ganz in der Nähe hier. Ich bleib mal da stehen. Um kurz auf die Rakete zu warten. Wie weit kann er nicht drauf gehen? Wo sind die? Nee, nee, nee. Einen hab ich. Was? Ja. So. Komm. Oh, Junge. Das war ein Kampf. Okay, so. Komm. Kommt. 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 Ich bin. Ich bin. Ich bin. Jetzt rennen die weg einfach. Nix können die. Alles klar. Direkt gestoppen. Ey, warum läuft der denn nicht? Hallo. Kannst du ihn doch an? Ne, den. Der greift mich nicht an. Der greift mich nicht an. Der greift mich nicht. Oh Gott. Okay. So. Okay, wie wir das weitermachen, das seht ihr in den nächsten Folgen. Euer Sandow. Tschau tschau. Tschau tschau.